Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Roli Back und Koch. Ja, ich bin wieder da, zurück aus dem Urlaub, frisch erholt praktisch. Ja, auch der schönste Urlaub geht mal zu Ende. Ist aber nicht so schlimm, denn so sehen wir uns jetzt wenigstens alle mal wieder. Und heute ja erster Advent, da machen wir auch gleich etwas, was zur Adventszeit passt. Nämlich machen wir heute herrliche Haselnussmakronen. Die sind super einfach zu machen, die machen wir praktisch wie nebenher. Der Aufwand ist so gering, unglaublich. Und die bleiben wirklich richtig schön saftig und schmecken schön nussig. Ein echtes Gedicht. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn am Ende gebe ich noch den Gewinner bekannt von meinem Gewinnspiel von vor meinem Urlaub, wo ich die schöne Backform da ausgelobt habe unter allen, die kommentiert haben. Und das machen wir hier noch am Ende. Dran bleibt, lohnt sich also. Jetzt geht es erstmal los. Haselnussmakronen. Für die Haselnussmakronen. Zuerst nehmen wir mal die drei Eiweiß und die schlagen mir so richtig schön steif. Die genauen Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox. Da könnt ihr einfach alles schön abschreiben und das nachher richtig schön nachbacken in eurer Küche. Ja, Eiweiß richtig schön steif schlagen. Das dauert ein bisschen. Müsst ihr natürlich aufpassen, dass kein Eigelb dazu kommt, sonst wird es nämlich nicht steif. Und ist es richtig schön steif geschlagen und zieht schöne Spitzen. Dann, wie ihr hier sehen könnt, geben wir auch schon den Zucker dazu. Und im Anschluss dann auch gleich noch die gemahlenen Haselnüsse. Wer bedenkt hat, dass der Zucker vielleicht ein bisschen viel ist, ja, aber es ist Weihnachtsgebäck. Das muss süß sein. Dann geben wir noch den Quark mit dazu. Und dann als letzte Zutat, ja, ich sag mal so, eine Messerspitze sollte es sein, vom Zimt einfach so ein bisschen reinstäuben. Und dann nehme ich hier so einen kleinen Schneebesen. Ihr könnt auch einen Löffel nehmen und hebt das Ganze richtig schön unter. Warum heben wir es unter? Wenn wir es wirklich mit der Maschine schlagen, verlieren wir zu viel Volumen im Eischnee. Dann nehme ich mir hier ein Backblech. Ein Backblech? Ja, Backblech. Und meine Robladen. Und da mache ich dann mit einem etwas größeren Teelöffelchen immer so einen kleinen Klecks drauf. Die Masse ist sehr pappig. Das liegt an dem Eiweiß, das wir so schön steif geschlagen haben. Und lässt sich richtig schön formen. Wer möchte, kann sich da richtig viel Mühe geben. Wer es etwas eiliger hat, der kann es auch etwas schneller mit dem Löffel da drauf machen. Das bleibt tatsächlich euch überlassen. Und der Geschmack ist der gleiche. Dann nehmen wir noch ganze Haselnüsse. Und wenn wir das Blech hier schön voll haben und drücken oben überall, wie ihr sehen könnt, eine Haselnuss richtig schön rein. Soll ja nachher auch schön nussig schmecken. Wir backen das Ganze 170 Grad Umluft. 15 bis 17 Minuten. Es soll oben leicht schön gebräunt sein. Aber wirklich nur leicht. Also nicht tot backen. Das Ganze wird es nämlich wirklich wieder trocken. Aber mit den 15 bis 17 Minuten, so schaut das Ergebnis aus. Leute, ein absoluter Genuss. Ja, das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Super schnell, super easy. Habe ich gesagt, die bleiben richtig schön saftig. Diese Haselnussmakronen. Ein absoluter Genuss. Und jetzt ziehen wir noch schnell den Gewinner von meiner coolen Backform, die ich im letzten Video ausgedruckt habe. Dazu nutze ich ein Online-Tool, das einfach aus den Kommentaren jemanden rausfiltert. Und let's go! Herzlichen Glückwunsch! So schaut's aus. Ich werde dich kontaktieren. Dann lasse ich dir das irgendwie zukommen. Müssen wir schauen, dass wir das zueinander finden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Roli.